Die Wilde Jagd Und damit herzlich willkommen hier zurück zu The Witcher 3, mein Name ist der Ad, ich begrüße dich ganz herzlich, schön, dass du wieder den WKR gefunden hast und wie immer gilt natürlich, willst du nichts mehr verpassen, Abo dalassen, Glocke aktivieren, gerne, 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 gerne kommentieren und natürlich auch liken. Vielen Dank für deinen Support an dieser Stelle schon mal und ja, es geht jetzt weiter. Wir haben ja in den letzten Teilen ein neues Gebiet mehr oder weniger aufgedeckt, was echt heftig ist. Wir gucken gleich mal, Momento. Jetzt hier unten, normalerweise müsste ich jetzt mich hier durchwuseln, die nächsten Fragezeichen machen, abarbeiten sozusagen, weil ich will das haben. Also ganz ehrlich, da ist so, oh no, no, doch, wir müssen, nee, halt da hin. Wir gehen erstmal da hin. Wir wuseln uns erstmal da hin. Ähm, gucken, was passiert. So, auf geht's. Oh, hier ist eine Hütte. Waren wir hier schon? Einsame Hütte im Wald. Ich finde das ja toll, ne, dass man einfach so in der Gegend hier mal so eine Hütte findet. Ähm, es ist einfach, also atmosphärisch ist, ich kann es nur noch immer wieder sagen, atmosphärisch gesehen ist The Witcher für mich das beste Rollenspiel aller, aller Zeiten. Ähm, da kommt leider Cyberpunk auch nicht mit ran, also, nee, Cyberpunk ist da so ein bisschen. So, was haben wir hier? Kräuterhändler und Typis. Personen in Not. Okay, ist ja kein Problem mehr. Komm, dann knüppeln wir hier mal weg, was hier geht. Ach, owa. Ja, okay. Ah, bam. Komm. Eieieiei, na, komm, hier, hier. Ah. Wow, 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 waw, wow, 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 wow. Okay, warte. Fängt ja gut an, hier. Wow, 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 wow. Naja. Boa, Alter. Alter, sind die hart, ey, ganz ehrlich. Boa. Ei, 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 ei. Alter, sind die hart. Sind die hart. Die sind echt hart. Ganz ehrlich. Also, es ist schon... Boah, Alter. Erstmal weg hier. Alter, was ist denn hier los, ey? Netter Schwierigkeitsgrad. Man merkt schon, wenn die Level 34 oder so sind auf meinem Level, dann wird es schon echt unangenehm. Erstmal weg. Erstmal weg. Taktischer Rückzug. Erstmal weg. Und dann machen wir sie platt. Alter Falter. Oh, Alter. Oh, Scheiße. Alter, dieser scheiß Helebarde. Einer weniger. Zwei weniger jetzt. Und Feier. Gerold und Feier. Kommt schon. Komm her. Alter, sind die hardcore, ey. Ganz ehrlich. Sind die hardcore, oder was? Da ist noch einer. Ein Raubritter. Kein Wunder, ey. Und dieser Scheiß. Warte, 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 warte. Das geht nur auf Eier. Haha, selbst getroffen. Na komm. 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 Scheiß Schildträger. Den gehen wir schon immer auf Eier. Erstmal ausweichen. Okay, den haben wir. Sehr gut. Jetzt wieder auf Dings wechseln. Schutzschild, wenn möglich. Alter Falter, ist echt heftig. Also der Schwierigkeitsgrad hier in dieser Gegend hat sich dann doch ganz schön erhöht. Muss ich ehrlich sagen. Ja, jetzt bist du nicht mehr so witzig, ne? Wenn ich dich in der Enge geschrieben habe, du kleiner Wichtu. Alter, ey. Ist das übel. Ganz ehrlich. Ist echt heftig. Meister Topical. Okay. Aber sehr gut. Alter, ey. Das war echt... Zaunrübe. Okay. Den sammeln wir mal ein. Aber das war schon, äh... Dass ich mir so viel Zeugs hier einsacken muss. Ähm. Erstmal die ganzen Kräuter hier einsacken, ne? Erstmal leer machen hier. Ernten. So, hier ist noch was. So, okay. Alles klar. Alter Falter, sag ich nur. Echt übel. Machen wir mal ein kleines Meditationchen. Das ist... Also... Ah, die sind hier schon... Alles andere ist mittlerweile Kinderkram. So, gehen wir mal gucken, was er hier so hat. Hallöchen. Wo bist du denn? Wo bist du denn, mein Freund? Wo bist du denn, mein Freund? Und Kupferschreiber? Hier. Meister Topical. Oh, wie er sich einfach mal beklauen lässt. Ist jetzt alles in Ordnung? Danke nochmal. Ohne dich wäre ich jetzt Hackfleisch. Mein Name ist Philibert Topical. Aber alle nennen mich Meister Tee. Was brauchst du denn? Pilze? Ein paar Kräuter vielleicht? Zeig mal. Zeig mir, was du zu bieten hast. Und ich weiß nicht, Hasen in der Dings auszunehmen, halte ich für ein bisschen... Also in der Hütte da abtropfen zu lassen, sag ich mal. Mehr hat er nicht? Hier ist echt ein Witz. Ähm, keine Rezepte. Okay, also eigentlich brauchen wir nix hier. Bis dann. Genau, bis dann. Okay, den haben wir auf jeden Fall hier befreit. Obwohl es hier keine Dings gab. Also keine, ähm, Anzeige. Aber naja, gut. Okay, dann nehmen wir uns den nächsten vor. Wir arbeiten uns jetzt hier durch. Hilft ja nix. Ne? Plötzchen. Komm mal ran hier. Plötzi, Plötzi. Immer ran hier. Plötzi, Plötzi. Hier. Komm, Plötze. Komm hier, komm. Komm, 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 komm. Komm, ja, brav. So, okay. Und jetzt Vollgas, Marsch, Marsch. Komm, auf Rot. Wer gelacht? Also das war schon, äh, nicht ohne, ne? Das ist schon... Wachtturm von Vic. Okay, wir finden versteckter Schatz. Halt! Und auf jeden Fall speichern. So, was haben wir denn hier? Ein Hab hier. So, einen haben wir. Kommt, ihr scheiß Harpchen. Hasse Harpchen. Oh, noch einer. Ja, ja, komm ruhig. Ja, komm, noch einer. Oh, okay, den haben wir auch. Noch einer. Dann kommen wir hier, Scheißerchen. Oh, und down. So, ich hoffe, es herrscht jetzt Ruhe. Check, check, check machen. Aha. Nikolaus Vogels Labornotizbuch, Truhenschlüssel. Interessant. Frequent, Labornotizbuch. Ich habe den Eier bekommen. geschlüpft. Okay. Königliche Luftwaffe. Okay, nice. Durchsuche die Laborruine. Aber selbstverständlich machen wir das sofort. Ah, diese Musik, ey. Oh, das ist so... ...absolut himmlisch. Verdammt. Jetzt hat er nicht hier geschlacht, fällt. Übel. Äh, ekelhaft. Halt. Äh, da alles tot hier. Rechnungsbuch. Check, check. Eine Olive. Wow. Da, 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 da. Hier ist auch noch was. Aber noch nix. Wo ich jubeln würde. Da ist noch irgendwas. Ist auch cool. Stehts davor, kommst aber nicht ran. Hm. Hallo? Na, mach mal Licht an. Druck mal den Knöppel. Ah, jetzt. Okay. Evolus. Okay. Ja, Licht. Bisschen Licht schadet nie. Hoffen wir, dass es sich lohnt. Er geht jetzt wieder raus. Okay. Hier ist nix. Ah, hier geht's nach oben. Alles klar. Das hätte mich jetzt auch sehr gewundert, wenn es schon vorbei gewesen wäre. Dann geht's nach oben. Hier noch irgendwas. Jetzt nen Raum rein. Okay, dann nicht, aber nach oben geht es. Alles klar. Na gut. Gut, kein Problem. Irgendwo muss ja hier was sein. Check, check. Immer höher hier. Scheint mir so eine Art Nest zu sein. Boah. Ah, nein, 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 nein. Boah. Hohohoho. Alter, das war knapp. Shit. Äh, einmal wieder rum. Verdammt. Ärgerlich. Ja, ja. Halt die Klappe da, du Scheißvieh. Also, dafür, dass wir eine Truhe haben und so weiter, ähm... Na? Ist das... Ist immer ein bisschen... mager hier. Ich hoffe, irgendwo gibt es noch einen Geheimgang oder irgendwie sowas. Ich glaube, ich speichere mal lieber vorher. Ja, ja. Falls wir hier nämlich runterknallen, ist das dann schon ein bisschen doof. So, alle hopp. Alle hopp. Alle hopp. Alle hopp. Aha, Truhe. Neumontose-Pirogen-Rugenstein. Ja, schön. Mehr ist hier nicht, das war's. Ja, gut. Pirugen-Rugenstein. Und... da runter. Zack. Also, ich hab mir jetzt mehr erwartet. Na ja, gut. Man kann ja nicht alles haben, ne? so, den haben wir auch abgearbeitet, immerhin ein Schemata besser als nicht hier ist ein Eingang, dann holen wir uns jetzt das und dann gehen wir hier rum also hier sind wir auf jeden Fall noch beschäftigt, ich will die weg haben, bevor wir uns der Hauptquest wieder widmen ich hab nur Angst, dass da oben irgendwie dann auch noch was passiert so, zack da gehen wir jetzt hin Schlachtfeld hier ekelhaft ekelhaft oh, 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 oh wo haben wir denn hier drei Dinger na Na? Was haben wir hier wieder? Ein Vyvon? War doch irgendwie mittler gefühlt und weniger Schaden. Ne? Äh, ist schon. Alter, 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 alter. Der knallt aber auch rein. Leck mich am Fuß, sag ich nur. Erstmal ausweichen. Na komm her, du scheiß Figur. Nochmal so ein Teil reinziehen. Alter Falter. Run, kill. Na. Immer in den Rücken rein. Na komm her, komm. Komm, komm her, du scheiß Vieh. Komm, hier bin ich. Hier bin ich. Ah, der war böse. Okay. Okay. Na, komm her, komm. Ich hack dich klein. Aber viel ausweichen ist das Geheimnis. Boah, noch einer. Das ist unfair. Okay, einen haben wir. Okay, der ist nicht so das Problem. Hier, Level 18. Ach. Ach. Alter. Muss irgendwo ein Eingang sein zu den Dingern. Alter Falter Walter, sag ich nur. So. Wahrscheinlich hier durch die Höhle dann irgendwie. Denk ich mal. Ah, der war jetzt, ähm... Schon wieder, äh... Ziemlich hart. Ich frag mich, was dann hier ein Level 18er zu suchen hatte. Ja, da ist... Banditenlager. Okay, alles klar. Speichern auf jeden Fall. Okay, weg. Boah, Alter. Mann, 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 ey. Na, ah ja. Boah. Boah. Alter. Boah. Na, komm. So, jetzt reicht's aber hin hier, ey. Meine Fresse. So, haben wir hier irgendwas Interessantes? Rüstung des Ordens der Flammenrose. Okay, Schwert des Ordens der Flammenrose. Geil. Cool, wir sind ein bisschen überlastet, aber das kennen wir ja auch schon. Äh, nicht schlecht. Sehr schön. Gefällt mir. Ähm, Münter. Was haben wir denn da? Hier, Gräber, Silberschwert kann weg. Ähm, Stahlschwert kann weg. Diese komischen Knüppel hier. Kleiner Knüppel. Was haben wir hier? Kann ich noch gar nicht tragen, das Zeugs. Mal gucken, wie's aussieht. Oh, schick. Sehr nice. Optisch geil. Optisch echt geil. Ja, rot, alter. Cool. Also, optisch sieht's Bombe aus. Passt leider nicht zu unserem Set. Schade. Schade. Sehr schade. So, der kann weg. Ähm, der kann auch weg, der Knüppel. Haben wir noch was? Haben wir hier? Nilfganische Wächterhandschuhe. Sehr nice. Ach, so viele Huhn wieder. Ähm, frieren. Also, das hier. Ein großer Dustbock. Chance auf Verbrennen. Ähm, da fällt mir gerade mal ein. Ich muss erstmal reparieren. Weißes Hemd. Leichte Rüstung. Weg. Hallo, Vorschau verlassen. Äh. Warte mal ganz kurz. Jetzt muss ich echt da drauf. Na, naja, also optisch ist, äh, sieht unsere, äh, Z-Rüstung jetzt nicht so beachtlich aus, muss ich ehrlich sagen. Ähm, 163. Irgendwas, was hier noch schwer ist. Was ist denn das hier für ein Gedöns? Scheuklappen. Ja. Ach, das ist das, was er anhat, oder wie? Ja, es hat er an. Schade. Ähm. Hier haben wir 530 von diesen komischen Floren. Das Auge von Nihaleni. Ähm, ein goldenes Kästchen. Reine. Ja, das ist natürlich. Bücher. Ähm, ist das hier Kerze? Kann weg. Tintenfass. Kann weg. Ich muss ein bisschen Platz machen. Kann weg. Kann weg. Weg. Ist das hier Muschel weg? Ähm, Schweinehaut kann auch weg. Blumen kann weg. Schädel. Was soll ich mit so, wie viel Schädel? Na, totaler Blödsinn. Ja, okay. Alles klar, sind wieder auf Kurs. So. Lass mal gucken, wo es jetzt hingeht. Das ist schon, äh, anstrengender. Ähm, das heißt anstrengender, aber es ist, äh, auf jeden Fall herausfordernder. Ähm, mich würde es interessieren, ey. Est, Te, Höhle oder Ruinen? Äh, irgendwie muss es ja da irgendwo hingehen. Sprich, ähm, zu diesem Ort der Macht da. Das war auf jeden Fall unterirdisch. Okay. So geil. Sorry, ist das so genial hier. Oh, schön. Kommt mir das irgendwie hier bekannt vor? Waren wir hier schon vielleicht? Fragezeichen. Ähm. So, okay. Was kommt mir doch hier bekannt vor? Ach, das sind diese Punkte. Alles klar, diese Wartpunkte. Ne, ne, alles gut. Ne, hier waren wir schon, das ist in Ordnung. Hier waren wir schon. Hier brauchen wir nicht weiter gucken. An diese Teleporter-Punkte. Dann sagt mir nicht, dass ich da nicht wieder rauskomme. Doch. Das wäre ja ein, äh, starkes Stück, sag ich mal. Äh, wenn ihr seht, ne, ich arbeite jetzt viel mit, mit, äh, Schutzschild. Hilft mir nichts anderes, ähm. Insofern geht nicht anders. So, jetzt schauen wir mal. Ähm. Wo müssen wir hin? Jetzt müssen wir eigentlich wieder zurück, ne? In die Richtung jetzt. Da hoch. Zwei Stück auf einmal. Ach, das wird großartig. So. Großartig wird das. 278. Ah, dann nehmen wir mal unseren Zossen. Damit wir da noch ein bisschen was machen können. Marsch, 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 marsch. Auf geht's Also das Schwierigkeitsgrad zieht hier hinten in der Ecke Doran Hätte ich jetzt irgendwie nicht gedacht Verlassene Städte Steig doch ab, Mann Eine Metzeltstunde vom Allerfeinsten Oh, ich hab keine Schwalbe mehr, ey Schlechte Vorbereitung Ganz schlechte Vorbereitung Alter, hier ist ja echt nicht Nur Blut hier Ich seh nur Blut, ich seh nur Blut Ja, komm Oh Alter Boah So, wieder eine Städte Äh, ähm Abgearbeitet Sein Anlitz ist schön Seine Worte fantastisch Doch dieser Teufel ist verdorben und garstig Die Wünsche wird er dir gerne erfüllen Cool Äh, was, was Äh, was für eine Das ist einfach nur geil Äh, das hast du nur anzubieten Zeig mal, was du anzubieten hast Ich will mal ein bisschen was loswerden hier Ja, ein bisschen können wir jetzt was verkloppen hier Was ist das hier? Weg Ähm Ich brauch ein bisschen Platz, Freunde Der hat leider nicht so viel, wie ich gerne hätte Ne, ich würde gerne mehr Sachen kaufen Ähm Sag mal, hat er hier irgendwas was verbrauchen? Ne, ne Nichts was verbrauchen, ey Es ist übel Geil Einfach, ey, sorry Aber, äh, solche singenden Dinger, ne Ja, wenn dir die Kinder so singen und so weiter Das ist schon irgendwie cool Was ist hier los? Versteckter Schatz Okay Knut Kreuzmanns Tagebuch Uns gewöhnlicher Schlüssel Okay, ähm Quest verfolgen Alles klar Besuche den Keller des verfallenen Ähm In der verfallenen Hütte Alles klärchen Dann machen wir das so gleich mal Ach, guck an Das sind hier so ein Abwehrdings 122 Meter Na Oh, 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 oh Oh, shit. Oh, shit. Shit, 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 shit. Äh, weg hier. Ich will weg. Hau ab. Hau ab. Geh weg. Der ist zu heavy. Der ist zu heavy. Ich will weg. Ich bin weg. Ich will weg. Wo ist denn der verkackte Eingang? Das geht schief, das geht schief. Wo ist denn der verkackte Eingang? Hier, irgendwie. Hau ab. Lass mich zufrieden. Erz, was das? Erz, erzgreif. Nicht getroffen. Ich glaube, wenn wir den wegpusten würden. Geh doch einfach weg. Irgendwie kriegt er mich hier nicht. Warum? Fett ich den nicht, oder was? Doch, ist er unten? Ja, komm her. Weiter. Doch, wir machen immerhin Schaden, ne? Wenn ich geschickt ausweiche. Dann kriege ich ihn vielleicht klein. Wow, ich habe ihn klein gekickt. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Ich habe den klein gekriegt. Geh, du Kampfsau. Einmal schon fast gedacht hier. Alter, Falter, sage ich nur. Okay, ähm. Licht. 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 Sagt er, mehr Licht. Florin. Ähm. Harz. Ist das Bock? Wow. Das hat es jetzt nicht so gebracht hier. Da habe ich mir jetzt, äh, weißt du, die Belohnung ist ein bisschen mager jetzt gerade. Dafür, dass wir so ein Erzgeier da umgeknüppelt da am Erz greifen. Äh. Schon, äh, ne? Alter, Falter, sage ich nur. So. Den haben wir auch erledigt. Ähm. Müssten wir eigentlich da hingehen. Machen wir auch gleich. Schreich. Das Land wird nicht flogged mit Milken und Wunderschönen. Du bist ein Witcher. Wie ein Monster-Snaber. Du hast Monster-Traum. Wir sind nicht mehr trinket, wir. Trinket. Wettenda. 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 Vielen Dank.